Herzlich Willkommen liebe Freunde, ich muss noch mal ganz kurz was nachjustieren hier, weil ich merke gerade, dass der Desktop, der Ton vom Desktop nicht richtig mit rüberkommt. Das wollen wir mal kurz ändern, Augenblick. Standard. Okay, jetzt sollte der Ton von dem anderen Teil auch mitkommen, lass mal kurz gucken. Mal sehen, wo ist er? Hier bin ich angemeldet. Ne, ich will jetzt mal ganz kurz auf meine Welten und... Moment, das wollen wir auch machen hier, das wollen wir auch weg machen, brauchen wir auch nicht. Gehen wir mal ganz kurz runter auf meine Welten, genau. Ja, herzlich Willkommen zum Einchecker. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und dass wir hier zusammen ein bisschen einchecken und zwar in die VR-Welt, die ich hier sozusagen zu meiner Verfügung habe. Ganz liebe Grüße gehen natürlich auch an meinen absolut besten Elliot M, nicht, der hier auch noch mal in Erscheinung treten wird. Wir haben das schon mal zusammen besichtigt, aber er hat mir da zu viel, zu viele lustige Dinge gemacht, die ich jetzt nicht unbedingt weiterführen will. Und wir gucken mal nach dem Hell Halliwell 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 Wo ist denn das? Enter Halliwell Veröffentlicht Warte mal, Sitzung von Kontakt, eine aktive Sitzung Mal sehen Ne, Halliwell ist nicht zu finden Finde da nicht, gut. Sitzung von Kontakten Warte mal, gehen wir mal ganz kurz Genau, wir waren da ja Wir waren da ja Wir waren da ja bei diesem Wir waren ja bei diesem Moment Da ist es Da ist es, das Halliwell Museum Ah The Halliwell Museum The Hell will The Hell will The Hell will Museum Okay, da müssen wir die finden, die Welt Müssen wir kommen Hell will Ähm Kunst Hell Will Gibt's das? Enter Gibt's nicht Ach ja Ach ja Ach ja Ach ja Ach ja Gehen wir mal auf Bildung Vielleicht finden wir es da Enter Auch nicht Gar nicht finden wir es Gar nicht Popa nicht Hm Schade Ja, das hätte mir jetzt gespaß gemacht Wir waren da nämlich drin Wir haben das gesehen Aber wir können uns ja was anderes angucken Es gibt ja noch tausend andere Sachen, die man hier anschauen kann Ne Gibt zum Beispiel Sachen mit Genau, das sind alles so Bildungssachen hier Classroom Dinosaurier Also man kann sich praktisch Zwischen den Dinosauriern kann man sich bewegen Das ist natürlich auch spannend Ne Ist auf jeden Fall mal eine interessante Sache African Dream Robert Ahmed's Bloodstream Durch die Blutschrümme A Space Theater Mars Man könnte auf dem Mars spazieren gehen Gehen wir auf dem Mars spazieren Der Traum eines jeden Menschen Auf dem Mars spazieren gehen Ganz klar Das wollten wir schon immer Wir wollten schon immer mal auf dem Mars spazieren gehen Okay So You are standing on the western rim of a crater near Marth Wallis in the Oxia Palace Quadrangle Also okay, all die Leute, die kein Deutsch sprechen Kein Englisch Wir sind im Marth Wallis In der Oxia Paulus Quadrat Im Quadrat, genau 22,3 nördlich Nördlich Und 343,5 östlich Das Terrain, das du siehst Oder das sie sehen Ist ein Modell Der Der Wirklichen Der wirklichen Umgebung Genau Auf einige Meter Vielen Dank an die NASA Und die Universität von Arizona Mit dem Highrise Project The actual crater is about 2 km in diameter Also der Grat ist eigentlich 2 km lang Aber ist hier verkleinert Hier ist unglaublich viel Raum zu explorieren Who knows what you might find Also man kann Sachen finden The Mars Home 1 Expedition is just setting up So there is not much to do Over the local and right The Mars Bar is now under construction So drop by for a drink Sometimes soon The management Mars Home 1 So, okay Das sind also die Dinge Die wir hier sehen werden Wo auch immer wir die sehen werden Ich glaube Weiß nicht Gehen wir da raus oder was? Ne, da geben wir die Textur rein Ich verstehe nicht Wo soll das sein? Wo 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 soll das sein? Wo soll das Wo soll das hier sein? Das verstehe ich nicht Ach da Ah Aha Ah Verstehe Gut Das ist ein 360 Grad Foto Na denn Mal hier Welcome to Mars Under construction Alles klar Och Leute Ne 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 Das Das hättet ihr mir nur nicht Das muss nicht sein Also das muss jetzt echt nicht sein Ah ja Okay gut Verstehe Unter dem Dings Ist dann sozusagen Das unter construction Hier kann man also dann Unter der heißen Marssonne Unter die Texturen tauchen Und wieder auf Moment Ich muss mal ganz kurz Mal hier so Mal hoch Das ist natürlich Das ist natürlich schon schön gemacht Ne Also wenn man jetzt so Wenn man jetzt auf Wüste steht Ne Ist das hier eigentlich ganz cool Ne Ist noch lange nicht fertig Das braucht noch richtig Komm hier Stanley Kubrick ist auch dabei Ne Genau Lass mal gucken Ob wir ein bisschen schneller vorwärts kommen Irgendwann ändert sich dann das Ganze Moment Ich will nicht schon wieder In der Textur verschwinden Danke So ein bisschen fliegen durch Wolken Ne Also man könnte auch meinen Das ist so ein Wolkenmeer hier Und man kann Sachen finden Mhm Da bin ich immer gespannt Also ich begehe gerade etwas Was noch gar nicht fertig ist Aber schön Dass wir das uns hier geben Ah cool Ah man kann fliegen Das ist cool Das ist cool Ja das ist doch cool Wenn ich hoch gucke Und den Stick nach vorne bewege Fange ich an zu fliegen Wie ein Fliege Cool Jetzt gucken wir mal Über die Landesgrenze Und was sehen wir Na klar Spanien Hier ist City Balearen Ganz klar Hier unten ist der Ballermann Und hier wird richtig gefeiert Würde ich mal sagen Könnte man sagen Aber ist nicht so 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 sieht das bisher aus Was sie haben Ist noch nicht so viel Aber schön Dass man mal einen Schatten sehen kann Das finde ich cool Da stehe ich drauf Moment Ich fliege ja sozusagen gerade Moment Dann muss die Sonne ja Muss mir ja dann den Schatten machen Moment wo ist denn mein Schatten hier Ich sehe meinen Schatten gar nicht Ja der ist dann nur da oben Moment Oh Da Hey Freunde Cool oder Ist doch nice Gut Also das noch an der Construction Hier wollen wir nicht sein Hier wollen wir Woanders hin Gibt noch andere Sachen Die auch schön sind Gut Bildung Classroom Dinosaurs Okay lass uns die Dinosaurs angucken Gucken wir uns die Dinosaurs Das ist ja das Schöne an diesen Sachen Man kann einfach ganz kurz mal Den Platz wechseln Ne So Und jetzt kann man sich die Saure angucken Guck mal hier Aber Die gucken einen nur an Die machen nichts Oh Oh ist der krass Oh ist der krass Oh ist der gruselig Oh ist der gruselig Oh Moment Alles klar Hier sind sie alle Alle versammelt Und super gruselig Huh Das ist nichts für meine Kinder Und da hinten ist einfach mal so 360 Grad Panorama Das ist so eine Kugelpanorama Fotografie Aber schön gemacht Und da hat man das einfach hier eingebettet Und jetzt kann man hier sozusagen Dann den Den Saure erklären Boah er sieht so krass aus hier Er sieht so krass Oh Leute Guckt mal hier Was der für eine Aussicht hatte Oh hier Oh Guck mal hier So Moment Okay So wir haben jetzt gelernt im Inventar Zack Wie das geht Wir gehen auf Inventar Wir gehen auf Essential Tools Klicken doppelt drauf Und da öffnet sich für uns die Kamera Moment Hier ist keine Kamera Kamera läuft Das kann doch nicht wahr sein Oder Neos Essentials Neos Essentials Hier ist die Kamera Jawohl So Und hier haben wir jetzt die Kamera Und wir haben ja geklärt bekommen Wie man die bewegt So Kann man die drehen Warte mal Kann man Kann man nicht drehen Moment Warte mal Ja Ich will sie nicht größer machen Ich will sie nur drehen Ich will sie nur drehen Oh hier Ah ja So Kann ich sie drehen Perfekt Gut Mal schnell weg hier Das macht Spaß Das ist Spaß Das hat mir alles Elliot erklärt Wie das geht Das ist so lässig Ne So Und jetzt Können wir ein 63 Grad Panorama von uns schießen Wie wir da oben stehen Achtung Und Jawohl Das war es schon So Und jetzt haben wir hier Ein 360 Grad Panorama Von uns gemacht Wie wir da oben stehen Ne Wollen wir hier So Guck hier Jack Ist doch cool oder Das ist doch cool Können wir sogar noch größer machen So Wie ein Ballon Können wir das hochziehen Und das wird immer schärfer Ne Mit den Sauriern Mit den wunderbaren Sauriern Ne Da bin ich Guck hier Ne Also das ist mein Avatar Sieht aus wie Riesen Avatar Nächstes Mal muss ich die Kamera Davor machen Das ist lustiger Dann sieht man mich nicht Nur so deutlich doof So Genau Das machen wir jetzt alles wieder zu Sonst verunreinigen wir hier Diesen visuellen Raum Mit zu viel Daten Moment Einen Blick Moment Wie kriegen wir den wieder gepackt So Kriegen wir die Kugel gepackt Das ist wirklich wie bei Star Trek Es gab mal Oder war das Star Trek Oder welche Ich weiß nicht War das War das Star Trek Ich weiß es ehrlich gesagt Nicht mehr So Wie kriegen wir die wieder weg Die Kamera Moment Äh Wie der Hersteller Verwöhn Laser an Skalieren aus Rückgängige Objekte greifen Ah Ne Moment Ne Das wollte ich nicht Ich wollte Ich wollte Ich wollte eigentlich die Kamera jetzt loswerden Moment Kann man die denn ausmachen Kann man die ausmachen Die kann man nicht ausmachen Die Kamera Hier vielleicht Hier vielleicht Hier Ah Verstehe Gut Und da Auch nicht Und da Mach ich dann nochmal ein Bild Oder soll ich die denn woanders hin tun Warte mal So Wo war das? Moment Ich stehe hier auf dem Saurier Und mache ein 360 Grad Foto Das soll mir mal einer im Amusement Park nachmachen Das ist gar nicht möglich Achtung Moment Cool So Jetzt würde ich die Kamera gerne loswerden Beziehungsweise ich würde das hier gerne speichern Das Bild würde ich gerne speichern Da habe ich jetzt zwei Bilder gemacht Moment So Die beide Die beide ihre Berechtigung haben Ähm Die würde ich jetzt speichern Genau Und das hat mir Elliot erklärt Dann gehst du hier bitte in deine Ordnerstruktur Und zwar in deine Dateien Suchst dir die aus wo du hin willst Na Genau Oh Und jetzt ist es ganz wichtig Das hier zu greifen Während man Achso ne Moment So Muss ich erstmal aufmachen Damit es hier oben grün wird Ganz wichtig Ja Jetzt ist grün Jetzt kann ich den hier nehmen Na Und Zack Ne Will ich nicht Ich will einfach reinladen Und hier Und zack Nein Ich will kein Directory Fertig Nein Ich brauche kein neues Directory Ach gut Okay Also von mir aus Machen wir ein neues Directory Machen wir ein neues Directory Moment Ja Create New Create Okay Und jetzt aber Hab ich doch gemacht Ach man Was ist das denn hier Muss ich das erst öffnen Ah ja Okay Und dann Dann geht das Nein Nicht noch eins Da soll es rein Nein Gar nicht Das ist echt Das ist so ein bisschen wie Wie Ikebana hier Äh nicht Ikebana Wie heißt das hier Das ist so wie Mikado Man muss Man muss Sachen richtig machen Wenn man sie nicht richtig macht Dann funktionieren sie halt auch nicht So Moment Ne Wie kriege ich den da rein Moment Man muss Dieses Handling Muss man echt lernen Es ist nicht so einfach Sich diese Dinge Hier rein zu holen Und jetzt Nein Habe ich gemacht Und dann In hier Alles klar Export Super Das hat funktioniert Sehr gut Das hat super funktioniert Moment Ich bin gerade hier In was drin Nachher Na Gleich Bitte Was für ein Anstecker Ich habe ihn gerade gesehen Aber ich habe nicht den Anstecker Ja jetzt nicht Jetzt geht es gerade nicht Warte kurz So Okay Ganz kurz Während ich hier auf diesem Wahnsinns Saurier stehe Und Fotografien mache Und meine Meine Bilder Moment Skalieren aus Laser an Laser an Aha Okay Ah Okay Verstehe Ah Das bringt mir gar nicht Ich mache damit einfach nur die Laser aus Das ist natürlich doof Das ist natürlich doof Moment Laser an So Skalieren aus Fortbewegung No clip No clip No clip Okay So Jetzt sollte ich den eigentlich löschen können Ich weiß nur nicht wie Wie Ich weiß nicht wie Wie kann man den ganz leicht löschen Oh Wie löscht man diese Dinge Rückgängig Skalieren aus Wie kann man die löschen Das wäre toll zu wissen Das wäre wirklich toll zu wissen Also wenn man das hier Einfach durch Warte mal Ja es tut mir leid Dass ihr mir jetzt Bei meinen hilflosen Versuchen Zugucken müsst Wie ich hier Wie ich hier gerade versuche Meine Meine Ähm Meine Daten Und auch meine Erstellgrundlagen Zu skippen Aber ich kriege es nicht hin Ich kriege es nicht ausgemacht Das ist natürlich nicht schön Das Das macht keinen Spaß Das ist doof Wenn man so ungelenkt ist Hier gibt es kein Gibt es keinen Ausmacher Hier gibt es keinen Ausmacher Gar nicht Warte mal So Man kann höchstens Achso Moment Doch das hat er mir gezeigt Genau Man drückt hier irgendwo drauf Warte mal Irgendwo war da noch ein Knopf Wo man Wo man die Kamera weg machen kann Moment Ich kann es ja nicht mal drehen Das ist ja das nächste Also das Handling hier Das ist so Es ist so ätzend Weil das nicht so intuitiv ist Wie ich Wie ich intuitiv verstehe Sondern weil es so intuitiv ist Wie alle anderen Intuitiv verstehen Ja Und das hier Will ich gar nicht sehen Weil ich gar nicht wissen will Was das ist Warte mal Jetzt habe ich noch ein 360 Grad Foto gemacht Bei meinen Bei meinen Bemühungen Ähm Die Kamera auszumachen Ah Moment Vielleicht ist hier irgendwas Mit dem man das hinkriegt Warte mal Hier vorne Ist da irgendwas Hier Ist nix Da unten ist auch nix Da muss ich einfach nur die Kamera Wahrscheinlich in meinen Warte mal Oh Inventar Dateien Inventar Kamera Da kann ich Verlassen den Planeten Ja Wir heben uns diese Bubble Nicht auf Aber wir Wir sollten irgendwie Dafür sorgen Dass das hier Moment Dass das irgendwie hier Am Blick Dass das irgendwie Sinn macht So Warte mal So Nein So Ich kann das nicht löschen Ich kann diese Sachen nicht löschen Das ist Ganz doof für mich Und ich weiß nicht warum So Ich kann die Sachen nicht verschwinden lassen Ja Das tut mir nur leid Das ist nun echt Das ist ein Nachteil von Sachen Die ich nicht Die ich nicht verstehe Moment Vielleicht gibt es irgendwie so Clean Slate Oder sowas Oder man verschwindet einfach Man verschwindet einfach Und lässt das einfach alles so Zurück Aber vielleicht wird man Irgendwann Ganz furchtbar Wer kann mir weiterhelfen Wer kann mir weiterhelfen Kann ich die da In den Müllammer tun Ne Kann ich nicht Ich kann Ich kann sie übereinander stapeln Ich kann sie größer machen Ich kann sie riesig machen Ich kann es die Die größte Kamera der Welt werden lassen Wenn ich will Aber ich kann sie nicht ausmachen Wieso kann ich sie nicht ausmachen Rückgängig wiederherrscht Den Fall In der Eclipse Gehen Und das lese an Das sollte man Man sollte mir erklären Wie man Wie man ganz schnell Diese Sachen los wird Das muss ich wissen Das muss ich wissen Beim nächsten Mal Bevor ich Bevor ich hier wieder einsteige Okay Ich verschwinde einfach aus dieser Welt Ich hinterlasse meinen Trash Ich fühle mich nicht gut dabei Ich fühle mich gar nicht gut Ich würde das gerne wegmachen Ich würde gerne auch das da oben Würde ich auch gerne wegmachen Nicht dass der Nächste kommt In meine Session einlädt Und hier meine Meine Sachen sieht Die ich hier in der Welt hinterlassen habe Gut Ja das wird jetzt Nun echt zu lang Also Das wird nur richtig zu lang Das Das macht keinen Sinn so Das macht überhaupt keinen Sinn Aber ich kann auf jeden Fall mal Schon mal Die Kameras extrem klein machen Das kann ich schon mal Ich kann die schon mal Auf ein Mindestmaß reduzieren Auch diese Bubbles hier Die kann ich auch klein machen Kann ich falten Genau Und ich kann einfach in neue Welten reingehen Weil ich glaube Das wird nicht noch mal Neu geladen Genau Ich habe alles versucht Ich habe es nicht hinbekommen Beim nächsten Mal Versuche ich es noch mal So Azure Stairs Medical Planetary Hosting Mars Mars waren wir Haben wir gesehen Wir machen mal folgendes Wir laden diese Welt noch mal Ja Und schauen mal Ob dann die Sachen weg sind Nicht Ob die einfach nur Dann Weg sind Das könnte gehen Wahrscheinlich verschwinden die sowieso Also Moment Wir gehen einfach mal In aktive Sitzung rein Sagen das hier Fokus Fokus Okay Ah ja Bin ich noch im Mars Bin ich immer noch Stehe ich immer noch Ganz gemütlich in der Wüste Sag ich auch mal Welt schließen Ja Genau So Und dann bin ich natürlich Wieder in meinem Genau Und jetzt Wenn ich jetzt noch mal Dazu rückwildern Ist alles wahrscheinlich Wieder so wie es war Mit dem Unterschied Dass meine Kameras weg sind So seht ihr Zack Keine Kamera mehr Keine Kamera mehr Alles sauber Gut Genau Hätte ich auch gleich machen können Okay Wir gucken uns noch mal Wir gucken uns noch mal was an Wir gucken uns noch mal was an Lass uns noch mal was angucken Wir gucken uns noch mal an Human Anatomy Ne Ich würde gerne in dieses Museum mit euch rein Art Room von Nexulan Die bauen hier alle Welten wie verrückt Das ist unglaublich Point Cluster Mesh World Infinite Da ist es doch Cool Super Haben wir es doch gefunden Nach anderthalb Stunden suchen Ist es da The Hellwell Museum Na super Wollen wir mal gucken was das kann Da waren wir gestern drin Und haben Quatsch gemacht Es hat voll Spaß gemacht Ja Aber Ich möchte euch gerne Erzählen was das ist Moment Das möchte ich euch gerne erzählen Ich finde das super Ich finde das total schön hier Das hier Ist ein Rekonstrukt Ja Und Hier kann man leider nicht sehen Von wem Also das ist eine Familie Die unglaublich reich war Warte mal hier steht es Genau To explore simply walk around the building Most doors lead somewhere Walking through them Will take you to the next room More tweaks and optimizations to come Due to issues with Neos Teleporters You need to be in the center of your place For else you made your center Okay alles klar Das bedeutet dass ich jetzt Moment Ne Umblick Fortbewegung walk Walk Genau Genau So Also Wir sind hier In einem Privathaus Ja Und die Leute waren sehr reich Die hier gewohnt haben Ups Die waren so reich Dass man durch ihre Texturen fallen musste Moment Ich muss nochmal durch die Textur fallen Das ist leider so Ja das ist noch nicht ganz so gut gebaut Aber Mit ein bisschen trickiness Kommt man da hin Ne Also ich versuch's mal Ich geh da mal hin Und Jump Da bin ich Okay So Wo sind wir hier Ja wir sind in einem Stall Weil die Leute hatten tatsächlich hier ihre Türen nach draußen Ne Und mal sehen ob wir da Machen wir gleich Und hier waren die Pferde Mirza Osman Hassan Und Maximilian Ne Die haben hier raus gefressen Jahrelang Zu Weihnachten Zu Silvester Ostern Und das war dann der Schlitten Zu dem sie dann vorgespannt wurden Nicht Um dann hier Jetzt weiß ich nicht ob es da raus geht Wäre cool Aber ich glaube nicht Moment Ne geht nicht raus Ne es geht hier Gibt ja keine Tür raus Es geht hier nur in einen anderen Raum Also Zu Weihnachten Zu Ostern Zu Silvester Nicht wurden die dann eben hier Wie sagt man Ähm Gefangen gehalten Ne Sagt man glaube ich So heißt das Genau Und dafür Mussten sie dann eben Was ziehen Und haben was zu fressen bekommen Genau Menschen Vornehmlich Menschen in Wagen So okay Sorry dass ich hier so rumgeister Aber es ist nicht ganz so einfach hier Weil ähm Das Ding ist ja noch unfinished Unpolished Ne Das ist alles noch ganz roh Das sieht man hier auch Wenn man sich mal diese Sachen genau anguckt Ja Und man merkt es auch Wenn man sich die Sachen ganz genau anguckt Ja Und dann anfängt Sich daran hochzuziehen Ja Gut Ich will es jetzt nicht übertreiben Nicht Man kann tatsächlich daran hochklettern Aber wir gehen einfach mal Den vorgeschriebenen Weg Nicht Weil in der Führung des Museums Es ist heute leider Ich glaube es ist heute Feiertag Hier Ist niemand da Ne Der uns durchführen kann Das sieht alles noch ein bisschen Müde aus Ne Aber man kann sich vorstellen Aufgrund dieser Feinen Fotogrammetrie Ne Weil es baut ja auch Sich langsam aber sicher auf Ne Also hier kann man Die Scheibe kann man schon erkennen Ne Ich meine auch wenn das Pixelfehler sind Aber es sieht aus wie Glas Genau Und dass die reich waren Mein Gott ja Ne Das ist alles Alles Wenn es ganz ist Ist es halt wirklich feine Arbeit Ich zeige euch mal einen richtig schönen Raum Jetzt Moment Der hier Hoppla Ne den wollte ich euch nicht zeigen Den Ritter den zeige ich euch später noch Wir müssen hier wieder raus Moment Da müssen wir jetzt wieder runterfallen Genau So nochmal hoch Oh Da wollte ich mit durchraben Moment Da muss man ganz genau reinspringen Ja genau Sonst kommt man nicht Schaut mal hier Das ist hübsch ne Ist das hübsch Guck mal hier Die haben sich's gut gehen lassen Na Die hat ein Kino den ganzen Tag Nicht Und da soll einer sagen Wir haben uns nicht mit unseren Bildern Wir umgeben uns nicht mit unseren Bildern Natürlich umgeben wir uns mit unseren Bildern Von unseren Liebsten Nicht Unsere Familie Unseren Und Menschen die uns wichtig waren Gemälden von Künstlern die berühmt waren Ne Hier Gibt's auch schöne Dinge Nicht Hier Diese Marmor Marmor ist hier ganz dominierend Ne Also es ist ein ganz dominanter Baustoff Hallo Okay Genau Ja Wir sind tatsächlich hier drin Es ist so Wir sind hier drin virtuell Und es fühlt sich so an Als wären wir in einem echten Raum wären Genau Hier wollte ich noch nicht mit euch rein Immer noch nicht Oh Das Spiel Das Spiel wollte ich gerade sagen Die Simulation Die macht's mir halt auch nicht leicht Ja Genau Gut Aber wir kriegen das Wir kriegen das Wir kriegen das Ich bin ja schon ein bisschen erfahren Hier im Rumspringen Ne Hoppla Da Nein Nein Oh Gott Habt ihr es gesehen? Den roten Salon Okay Lass mal gucken Was hier hinter ist Augenblick Hier war auch noch irgendwas Warte mal Da Springen wir durch die Textur Wieder durch Wieder raus Ich weiß nicht Ich glaube ich muss das Ganze nochmal löschen Nochmal neu laden Weil irgendwie haben sich die Texturen ganz doof ineinander verwoben Bei mir Da Da muss man rein Genau Das ist tricky Aber ihr könnt sehen Wie reich die waren Wenn die sowas hier Das ist Wurzelholz Wurzelholz Guck hier Tee Hier gab es den Tee Stefanie Andrea Petra Doris Beate Und die zwei Kessler Zwillinge Die saßen hier gemütlich zusammen Und haben aus diesem Topf getrunken Ne Aus diesem Topf Ne auch nicht Und ab und zu ging mal diese Uhr an Und hat ganz leise Und ganz freundlich gebimmelt Hier war es immer schön Achso Ja das hätten die sich natürlich auch nicht gedacht Möglicherweise Ja Ich will jetzt nicht zu weit ausfahren Ja Aber möglicherweise war es so Ja Dass diese Leute Die da hinten saßen Mich in einer Vision gesehen haben Ja Und Was das bedeutet Das könnt ihr euch denken Ne Das ist halt Ein Stück weit auch gruselig Das tut mir leid Ich kann meine Beine noch nicht bewegen Meine Beine sind noch nicht getrackt Aber dafür mein wunderbarer Schwanz Ne Also Den ich hinten habe Könnt ihr so sehen Der zwirbelt manchmal rum Ich drehe mich mal kurz für euch Da Guck hier Ist das ein cooles Teil Das ist ein Teil Ja Jawohl Warum meine Arme hier so weit oben liegen Weiß ich auch nicht Aber ich glaube Die Brille erkennt das manchmal nicht ganz so gut Aber es ist immer noch die Kute Samsung Odyssey Plus Und ich habe die Möglichkeit Ja Recht nah ranzukommen Ne So Okay Gut Nächster Raum Oder Wollen wir hier durchgucken Da geht es dann Ne Da geht es dann Was ist das denn Ach da sind die Ritter wieder Genau Das ist so ganz merkwürdig gebaut Ich weiß nicht wie das hier gebaut ist Vom 3D Modeling hier Ne Aber ich weiß Sie haben sich extrem viel Mühe gegeben Das kann man hier dann auch sehen Nicht Die Teller Ja Nicht Also Das hier sieht natürlich Vom 2D Modelingen Und das ist so ganz merkwürdig ist die Ritter wieder Ich weiß nicht wie das hier werdet man kann Oh meine Freunde Ich sage mir Mein Ostwestfälisch ist ganz schlecht An dieser Stelle Also für alle Lateinfreaks Ihr wisst was gemeint ist Es lässt auf jeden Fall mal die Kunst hochleben Das steht da auf jeden Fall Nicht Und wahrscheinlich ist es auch der Sinnspruch schlechthin zum Corona Nicht Weil im Moment sind wir Weil wir ja nicht raus können Gezwungen alles indoors zu machen Also gehen wir nicht raus Sondern bleiben indoors Ne Und gucken uns Virtuelle Räume an Ach das macht mir Spaß Dass ihr dabei sein könnt Das finde ich cool Oh Das wäre ihr Raum gewesen Nein leider nicht Ich würde sogar mal einen Ritters machen In den Ritterraum kommen wir auch noch Aber nicht jetzt Das ist noch zu früh für den Ritterraum Komm wir gehen mal in die Arngalerie Ja Oder die Art Gallery Komm hier Hier ist eine Art Gallery Ich glaube das waren die Bilder Die jetzt nicht unbedingt Familie sind Ne Aber die Die unermesslichen Reichtum ausmachen Ne Das sind alles ganz Wahrscheinlich unter Fachleuten Ganz bekannte Berühmte Gemälde Die jetzt mittlerweile eben auch Werte haben Ne Und so haben Menschen damals sich eben abgebildet Ne Die hatten jetzt noch kein Laterna Magica So wie die Kirche Beziehungsweise Kamera Obscura Ne Das war noch nicht so weit Obwohl viele von den Malern Haben diese Technologie benutzt Also Die Kamera Obscura Müsst ihr euch so vorstellen Man nimmt einen Kasten Macht vorne ein kleines Loch rein Der Kasten sollte möglichst groß sein Damit ein Mensch drin Platz hat Und durch das kleine Loch Kommt genau das Licht gebündelt rein Was Diese Szene Lass uns mal eine Szene nehmen Das ist wahrscheinlich was Das hätten die wahrscheinlich Die wird es wahrscheinlich noch geben Hätten sie sich diesen Diesen Götzen geholt Lass uns mal still Leben sind eigentlich nicht typisch Kamera Obscura Eigentlich sind es immer Räume Ne Also meistens wurden Räume Also sowas hier könnte Weiß ich nicht Wahrscheinlich ist es nicht so Aber Ich sage jetzt einfach mal Das wäre ideal Ne Also man würde sozusagen Den Lichtverlauf All diese Dinge Dann umgekehrt Hinter sich haben Ne Also auf der Seite An dieser Wand Könnte das projizierte Bild Dann eben umgekehrt malen Skizzieren Die Tiefen Die Lichtverhältnisse Etc Hier wäre das Für eine Kamera Obscura Wahrscheinlich Da wäre die Szene zu kurz Das Schiff sinkt ja schon Und er hier Das sind auch Ne Das sind auch Ne Das sind also keine typischen Kamera Obscura Wie gesagt Was genau Meistens architektonische Dinge Wurden damit irgendwie erfasst Aber man konnte wahrscheinlich Auch damit rausgehen Und solche schönen Landschaftsbilder Damit machen Aber das Das abbilden wollen Ja Das ständige abbilden wollen Das ist bei uns Schon die ganze Zeit so Und das hier ist sozusagen Ne Auch nur Die Wie sagt man Die Erweiterung Des Trompele Falls euch jemand Falls ihr wisst Was Trompele ist Ich wusste es auch erst Nach der Arbeit Mit einer ganz wunderbaren Ukrainischen Künstlerin Was Trompele ist Das wusste ich vorher auch nicht Aber dieses Wir wollen unbedingt in 3D Den erweiterten Raum Wir wollen nicht Ganz normal Wir wollen Dass unser Raum Größer wirkt Das war das Trompele Und das findet man schon Jetzt sind wir hier bei den Rittern Die wir eigentlich vorhin So Ich tut mir leid Ich fliege immer Ich bin noch nicht richtig eingestellt Aber was ich euch mal geben kann Das kann ich euch tatsächlich geben Wir können uns mal diesen Rittersmann Ganz genau angucken Gucken die mal ganz genau in die Augen Könnt ihr diesen Schnurrbart sehen Das wäre sein Schnurrbart gewesen Das ist seine Nase Genau Hier ist niemand drin Ja Sowas hatten die auch Ritterrüstung Hatten die stehen Ich frage mich jetzt Warum in einem Familienhaus Ritterrüstung stehen Aber das muss wahrscheinlich so sein Wahrscheinlich um die Wehrhaftigkeit Oder den Sammel Genau Das hier sind natürlich Das sind natürlich Geeks Ganz klar Mein Gott Wovon rede ich? Ich habe selber den Schrank voll Mit Games Das ist halt Das Gaming von einst Hey schau mal Ich habe hier Call of Duty 2 Für die Wii Oder hier Schaut mal hier Doom Ja Also diese ganzen Vorbilder Die hier sind Die haben auch ihre Nachbilder Und hier ganz klar Wer war hier am Telefon? Na Herr Nokia Der hat das hier hingemacht Ganz klar Herr Nokia Na Erste Nokia Phone Ist leider Nicht wirklich Hat nicht Nicht die Jahrtausendwende erreicht Aber Die neue Jahrtausendwende Aber immerhin Da hat es angefangen Sendungsbewusstsein Abbilden Zeigen Hey Hör mir zu Oder hier Na All diese hübschen Kleinen Reliquien Das waren ganz liebevolle Sammler Die haben Spaß gehabt An ihren Büchsen Und an ihren Ihren alten Waffen Oder ich weiß nicht was Das fanden die geil Ups Jetzt bin ich gerade Auf mein wichtiges Kabel Hier getreten Das geht gar nicht So Gucken wir mal Wo wir weiterkommen Hier ist ein Bereich Wo ich noch nicht war Moment Alles klar Ah das Billardzimmer Cool Da wollte ich immer schon rein Oh das Billardzimmer Da wollte ich rein Jetzt muss ich wieder unten anfangen Moment So Ja es ist ein bisschen So ein So ein Ne Man muss sich Man muss sich konzentrieren Bei dem Spiel Man muss sich konzentrieren Das ist nicht einfach nur damit getan Dass man irgendwo reingeht Sondern man muss ganz gezielt Auch Wege verfolgen dürfen Ah da ist es Oh geil Ich hab's geschafft Ich bin im Billardzimmer Jawohl Ja hier war frivol Ganz klar Hier wurde auch mal geliebäugelt Mit der Lust Damals zu der Zeit Als dieses Bild gemalt wurde Durfte man halt nur männliche Modelle nehmen Nicht glaube ich Ja Weiß ich jetzt nicht wie alt das ist Aber das könnte so sein Nicht Und man hat sozusagen Einen jungen Mann genommen Und hat ihm einfach Brüste aufgesetzt Ja Genau Abbilden Abbilden Oder hier oben Der hier Bachus würde ich mal sagen Der zwei Äpfel verteilt Hänsel und Gretel daneben Nein Quatsch Und hier ein schöner Ort Das wäre natürlich jetzt genial Das wäre jetzt genial Das machen wir am nächsten Mal Wenn ich euch Eleven vorstelle Virtuelles Tischtennis Ja Aber wir gehen jetzt nochmal Einen Raum gucken Ich bin ja der Einchecker Und ich kriege ja nicht genug Und ich freue mich so Doof ist natürlich Dass ich das jetzt nicht 360 Grad machen kann Aber so weit ist die virtuelle Technologie Hier noch nicht Aber immerhin ist sie schon mal so weit Dass ich im Raum der Teller untergehe Ja Genau Hier waren die ganz vielen Sammelteller Also Dieses Ding hat noch richtig Viele andere Möglichkeiten Es zu entdecken Nicht Und ich glaube der Spaß Entsteht tatsächlich dabei Dass man selber reingeht Und sich das virtuell anguckt Ja Das hat mir Spaß gemacht Gehen wir mal wieder zurück Zu meinem Das hat mir wirklich Spaß gemacht Genau Einmal schließen The Hell Will Museum Hell Will Ach ne Zu den Sorgen wollte ich nicht Nein 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 Die Sorgen sind durch Schließen Danke So Home 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 Das habe ich noch nicht bearbeitet Da werde ich jetzt auch demnächst mal dran schrauben Ich habe nämlich ein paar schöne 360 Grad Aufnahmen Die hier reinpassen Und dann werde ich das mal tapezieren Hier das Teil Das war jetzt kurz mal ein Rauswurf hier Das ging flott Okay Okay Dann erstmal vielen Dank Zurück ins Licht Hier ist ja auch immer noch ein paar Teile Das ist ja auch immer noch ein paar Teile